Wohl kaum ein Duo ist so bekannt wie dieses. Ist die Rede etwa von Siegfried und Roy oder Dieter Bohlen und Thomas anders? Nein, hier geht es tatsächlich um Hans und Franz. Wer diese Namen nicht direkt zuordnen kann, der sollte mal einen Blick auf Heidi Klums Instagram-Seite werfen. Die selbsternannten Brüste des Supermodels weiß die 48-Jährige nämlich ziemlich gut in Szene zu setzen. Mal sind sie im knappen Bikini zu sehen, mal nur dezent von einem Deutschland-Trikot bedeckt, manchmal auch einfach nur hinter einer Hand versteckt. So auch auf dem neuesten Urlaubsschnappschuss, den die Germany's Next Topmodel-Jurorin jetzt mit ihren Fans teilt. Im Familienurlaub in Europa erkundet der Klum-Clan gerade das Mittelmeer auf einer XXL-Jacht. Zu einem gelungenen Bootsausflug gehört neben Sonnenbaden natürlich auch ein Sprung ins kühle Nass. Diesen absolviert Heidi ganz offensichtlich ohne Oberteil. Lediglich in einer Badehose strahlt die Mama von vier Kindern glücklich in die Kamera. Der Grund für ihr breites Lächeln? Natürlich ihr liebster Tom Kaulitz. Du zauberst das größte Lächeln auf mein Gesicht, Tom, schreibt sie zu dem Foto. Mit diesem freizügigen Schnappschuss und den liebevollen Worten bringt Heidi sicherlich auch Tom zum Strahlen.